warte mal hier ist wieder was auf dem boden ein kleiner rucksack liegt ja so habe ich gerade weggeschmissen man gehen ja aus dem weg blöde du kannst dich nicht bewegen hier stehen sie alle im weg um das ist weißt du wenn bernd jetzt spielen würde er wird sagen boah du bleibst hier überall hängen bei den wohnen das ist wieder eine ich habe keine tüge nein geh von est weg das kostet wieder reifen meine reifen die sind immer komplett abgenutzt deswegen mache ich die ab und zu auch immer aus achtung rechts böse der hängt vorne drauf okay das war jetzt so der rucksack den ich mitgelehrt toll ja aber ich muss noch was spenden warte mal ein hack weil die bereich also ich habe da noch nur bold scouts und fernkampfgewehr habe ich durch die medikamente habe ich gespendet also wir haben jetzt essen und medikamente mehr muss mal darauf achten wenn die wieder weggehen hat bestimmt wieder einer geklaut oder so wir sehen ja nicht wie viel es gibt warte mal wegen dem wegen dem rucksack schieben schon wieder ich komme hier nicht durch jetzt das ist so breit neben dir weißt du ich komme da nicht durch das ist aber teilweise der hatte stehe ich dir jetzt schon wieder mal jetzt hier bauen jetzt ist frei hier genau hatte mal ich guck mal wird kann es mir dann auch gleich also wie ist das hier sollte das bauen das kampf kann kampf ja ja ich baue es warte mal dann gibt mir kurz den rucksack dann gebe ich dir gleich die die dinger aus dem welchen rucksack in den achter so den habe ich ins lager getan wird durch holen muss er verballert hier nicht so muni hier macht da nur spaß hier jungs so achte 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 da bist du da ich will nicht mit dir reden in dir das ding einfach so jetzt war so das ist die ärzte ja warte trotzdem mal da sind sie ich will wissen wo die hinrennen die haut ab äh die haut ab bleibst du hier ich hoffe du hast es genau das ist das gleich nein das ist doch scheiße die die genau deshalb diese diese ärztin die wenn man die dann wieder weg dass sie nicht folgt dann musste die wieder neu anwerben jedes mal für hundert das heißt die bleibt nur kurzzeitig da jetzt haut die wieder ab die geht halt wieder zu ihrem home scheiße mal super also das war schon mal mit zu wissen ja dann hoffe ich dass es besser gemacht was mit den handeln die ich dir da hingelegt hatte ja das kann ich jetzt später benutzen wenn das ding fertig ist ich habe gerade mal noch was angepflanzt also dann brauchst du noch keine ja habe ich eben im ding drin halt jede menge warte mal wie viel haben haben wir in der küche kann man auch samen herstellen das ist ja die handeln sind jetzt weg ja die habe ich gerade genommen jetzt wird ja ist was von uns wo wir vorhin den befreit haben im süden externe ziele das ist das was ich markiert hatte ja das markiert ja das mit den kugeln danach ja genau aber wir müssen uns endlich also danach oder wie auch immer auch mal um dieses solchen herz kümmern das auch wichtig hier sind jede menge tobsüchtige auf der straße oben das ist ja ja das solchen herz das fördert ja die ganzen zombies hier in der gegend ich finde das aber immer noch scheiße weil wir können hier nichts mit den pflanzen machen man soll aber da was herstellen können für die medizin oder kann ich das nur in dem ding von der medizin dann herstellen sagen wir da war hin zu dem freund da unten und und dem helfen da eben daneben ist auch noch mal so ein solchen herz infektions herz hast du die krankenstation verbessert ja bin ich gerade dabei ja habe ich gemacht ja weil ich da nämlich jetzt eins mehr glaube ich machen kann ja aber da läuft es noch abbrechen aufwerten krankenstation 2 läuft gerade oder das ist weil du vielleicht doch die die kräuter da aufgewertet hast das war das noch auch noch hier das ging ja da lass uns die mission immer bis die hier da fertig sind wir brauchen wir nicht warten drauf ist das habe ich mitgenommen also ich wäre so weit wir stehen hier im auto immer muss man auf den alten mann warten ja 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 aber was heißt die tür zu machen wir haben jetzt schon festgestellt dass wenn wir etwas weiter weg fahren die tür automatisch zugeht deswegen haben wir das ich weiß jetzt querbeet oder wie ja das ist aber richtig heilig also es ist wahrscheinlich nur keine straße hinten ja aber pass auf hier ist irgendwo das mit dem wasser wo links links auf mich war das kein fahrer fahrer fahr 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 fahrer das sind zwei von diesen solchen fischer da gewesen eben ja die kommen jetzt hier hinterher ja die klacken ja doch die großen auch oh scheiße der ist zu weit weg oder ich kann ihn überhaupt gar nicht treffen mit den dingen fahrer wauw und ich muss aufladen oh der große macht die dick kaputt fk kanzle kannste oh ich muss weg wie ich muss weg was ist das jetzt mit der temperatur da und dem solchen jetzt dass Oh Mann, lass mich da durch, du Arschloch! Da waren aber zwei von da, oder? Das ist ja eine nicht... Warte mal, warum... Nee, der eine war kleiner. Hier oben ist ein Pfeil. Na warte, ja den kann ich mir doch nehmen wieder. Oh, Entschuldigung. Warte, soll ich dir den eben geben? Ja, wäre nett, weil ich eine Abbruch habe. Ja. Danke. Habe ich auch, aber nicht dabei. Ja, aber die ist cool, die ist cool, echt, die ist nice. Ist das jetzt schon zu Ende? Ja, das war ja, wir sollten ihm helfen. Nee. Oder? Das war aber das, wo wir eben waren, ne? Doch, es ist freundlich. Es ist wieder freundlich. Siehst doch, überlebende Kugeln für einen Freund. Moment. Ich schlitzt dich auf hier. Ach so, Munition, soll man denn gehen? Ja, wir suchen noch Munition. Was macht ihr da? Ja, ich komme hier wieder nicht raus, weil dieses Arschloch wieder hier im Weg steht. Wer ist denn das? Wieso steht ihr jetzt hier? Wieso steht ihr jetzt hier? Ich kam doch eben durch die Tür hier rein. Boah, hey, das kotzt mich an, echt. Das sah geil aus wie du da. Dafür mache ich jetzt euer Fenster kaputt, pass auf. Also, wir sollen jetzt Position für den suchen, ne? Hm? Ach so, das ist der Wagen. Ich denke, da kommt wieder so ein großer. Ob hier irgendwas ist? Äh, überlebende Kugeln für einen Freund, warte mal. Was war das? Wir kümmern in, wo ihr gelb ist. Zum Seuchenherz, Richtung Seuchenherz. Äh, warte, 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 warte. Äh, besorge einen, du musst einen Pack da kaufen. Wo? Ich stand hier gerade. Jetzt ist es wieder weg gewesen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Seuchenherz haben wir hier. Ja, dann müssen wir die erstmal weg machen, würde ich sagen. Ja, die vermehren sich ganz schön gerade. Ja, die machen wir erstmal weg. Ich habe aber keine Sprengmunition dabei. Dann sollten wir erstmal Sprengmunition holen. Äh. Okay. Oh, die kommen, da kommt... Man soll die nämlich nicht im Nahkampf besiegen. Da haben wir ein bisschen blöd gemacht. Jetzt mal, da ist das Wasser. Komm mal dann da rüber. Vorne wahrscheinlich. Da oben rumfahren, ja. Oder hier. Ne. Ne, da ist auch Wasser. Ich weiß nicht wie tief das ist. Ja, hier ist richtig. Oh! Was ist denn da? Weiter rechts, 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 rechts! Rechts, rechts! Okay, da kommst du anscheinend auch nicht durch. Das ist auch alles ein bisschen... Ach, da war noch was für ein Glas, glaube ich. Ja. Ja gut. Hast du dich eingesammelt? Ne. Hinter uns ist einer? Wolltest du jetzt die Stoppstraße, äh... Ja, musst du einfach achten, die Stoppstraße. Ja. Äh, was ist das denn? Was ist das hier? Hallo, da. Shall we discuss the proposal I have? In person with... Stopp, 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 das war in rechts! Achtung! 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 Also zurück und dann rechts. Ne, ne, zurück und dann rechts. Ne, ne, zurück und dann rechts rum. Da die Straße rein. Und dann quasi gerade ausdruckt. Und dann quasi gerade ausdruckt. Das ist ja das Seuchenherz. Ich dachte hier auch, dass wir erstmal diese Herde machen, oder? Was für eine Herde. Ja, du hast gesagt, lass uns das solche, ne? Ach ne, ich hab ja gesagt, dass wir Sprengstoffe brauchen. Scheiße. Oh! Was ist da? Hilfe! Hilfe! Nein! Halt! Okay. Aua! Aua! Einmal drehen! Äh, jetzt kotze ich gleich. Mir ist jetzt schlecht. Das Dach jetzt mal... Wollen wir jetzt hier suchen, wegen... Ob Munition hier irgendwie existiert, oder? Aua! Die hängt aber nicht. Äh... Meinst du, diese Sprengstoffe... Also letztes Mal Sprengstoffe... Das ist ja eine ganze Stadt hier. ...gut gewesen. Also ich hab Unmengen davon, wie gesagt, im Lager. Ja, da brauchen wir doch nur an eine Station zu fahren. Die ist doch hier oberhalb einfach nur unsere... Dann holen wir das eben ab. Was heißt oberhalb? Wir haben hier gar nicht. Zum gelben Haus, oder? Zum gelben Haus. Ja. Wir haben einen auf der Haube. Ja, auch noch ein Auto gewesen. Stimmt. Aber das ist ja jetzt wieder drüben. Ich verstehe gar nichts. Ja, der ist bei uns dann, oder? Nee. Ach, ihr. Direkt daneben. Neben uns. Das ist gelbe Haus, ja. Aber was wollen wir jetzt mit dem gelben Haus? Ähm... Den solchen hier hat... Verringern. Ja, genau. Das sind ja die ganzen Typen da vorne schon. Irgendwie haben wir alle zwei Sekunden wieder ein neues Ziel. Ich weiß auch nicht. Erst wollten wir die Explosiv-Dinger holen, jetzt wollten wir dann doch weiterfahren. Jetzt sind wir beim solchen Herd. Wir freuen hier. Infektionsherd, ja. Null. Was heißt Null? Ja, hier sind keine mehr. Die haben wir alle... Warte mal, da musst du wahrscheinlich nur hier rein. Ah ne, da kommt noch einer. Eigentlich brauchen wir ja Munition noch für den Typen. Oh, Greischer. Ja, ich krieg den nicht. Geh mir... Achso, du bist... Entschuldigung. Ich dachte jetzt, das wäre wieder so ein blöder NPC. Hast du das gesehen? Ich habe einen Doubleheadshot gemacht. Keine Ahnung, ich habe dich gerade gerettet. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ja, die beiden standen hintereinander und ich habe den Greischer erschossen und der andere stand dahinter. Der Pfeil ist durchgegangen. Das ist doch geil. Der Kreisstand hast du jetzt aber erledigt oder müssen wir dann... Ja, der ist weg und die... Die sind alle weg. Ja. Der ist auch... Der Herd ist aber immer noch angezeigt. Achso. Warte mal. Ich höre aber keinen mehr. In der Garage noch was ist? Geh mal hier rein. Ne, aber hier sind Sachen zum Looten. Oh, Materialien. Ich höre hier irgendjemanden. Warte mal, Handwerkerbuch. Handwerk schaltet die Schmiede und Kaserne zwei frei. Ermöglicht die Herstellung von Waffen. Ja, das ist gut. Aber... Hier ist was blaues im Haus. Ist auch noch was, ja. Und noch was gelbes. In der Badewanne sind zwei gelbe noch. Also, im Bad halt. Ich finde nix, gelbes im Bad. Boah, gerade konnte ich hier noch durchsuchen. Achso, da. Total viele Klamotten irgendwie. Was ist das eigentlich mit diesen Bären? Mit den Bären? Ja, das ist das Motto von der Gegend oder so, denke ich mal. Ja, wahrscheinlich... Ja, die du überall... Aber das gibt... Ich hab noch nicht einen... Hier gibt's gar keine Tiere drin in dem Ding, ne? Ich hab noch keine Tiere gesehen. Ich glaub, das ist besser als nichts. Und dann müsste es eigentlich schon geben. Ich würd mal sagen, zum Glück. Hier der Kühlschrank ist auch noch gelb. Da kannst du Lebensmittel normalerweise rausholen. Will ich das? Ja, weil wir immer zu wenig haben. Hier waren leere Flaschen drin. Aber in der Garage war noch was drin, was ich haben wollte. Welche Garage? Ja, nebenan ist eine Garage hier noch davon. Oh. Da hat einer einen halben Körper mit einem Rasenmäher überfahren. Hier ist auch noch für euch Blut. Ach, da. Ah. Alle kommen mir total keuchend entgegen. Ja, das ist schwer, das zu tragen. Ja, ja. Weicheig. Hier ist noch was Blaues. Aber der springt über den Zaun, als wenn er der junge Gott wär hier. Ey, Klamotten über Klamotten, ne? Kann ich die denn behalten, oder sind die jetzt nur, wenn ich bei dir auf dem Server bin? Das würde mich mal interessieren. Hey, Leute. Die sind nur bei mir. Der Heldmann. Oder? Echt? Ich glaube, die Heldmann, ja, weil das ja für dich gesammelt ist, das Zeug. Warte, erst. Ach so, da ist auch das Auto. Also jetzt zurück zur Base, oder? Kommt irgendwo nach einer? Ja. Aber links brüllt irgendwie so ein Dicker noch, glaube ich. Aber sag doch was, ich stürme hier mit dir dahin? Du weißt aber schon, dass du dadurch nicht mehr Punkte kriegst, ne? Aber das sieht cool aus, irgendwie. Ach, das ist auch. Warte mal, warte mal, nicht fahren. Warum? Ja, äh, ja, aber, nee, warte mal. Mehr Lagerplatz bestimmt, ne, oder? Da sind noch Sachen drin. Oh, scheiße, hier ist da. Da ist nicht mehr viel Sprit drin, ne? Ach, das war ein normaler. Oh, ich dachte, das wäre so dicker. Ja, aber, aber die sind scheiße. Ich brauche einen Brake. Ich brauche einen Brake. Also ich muss schlafen gehen mit dem. Ja, ich meine das auch. Ist da noch Bezin drin, dass wir den mitnehmen können, oder? Warte, ich will mal gerade gucken. Ich habe Bezin im Auto hier, in dem anderen. Ja, weil da sind noch Sachen drin. Können wir den mitnehmen? Ja, aber man kann den Kofferraum nicht aufmachen, doch jetzt. Doch, ganz so. Aber er ist genauso klein. Ne, er hat, ne stimmt nicht. Er hat acht Plätze. Er ist sechs, zwei Plätze mehr. Ja. Dann sollten wir den... Aber warte mal, da war auch doch... Oder nicht? Da war ein Toolkit drin? Ja, deswegen sage ich ja, da sind Sachen drin. Mechanikerhandbuch, das ist gut. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer alles vier, fünf Mal wiederhole, wenn eh keiner zuhört. Da hinten kommen Zombies, jede Menge. Äh, soll ich tanken das Ding eben? Warte, ich tank den Van hin. Oder? Nein. Nein. Ich kann das tanken nicht abbrechen. Wie fährst du denn? Aua, die sind bei mir dran. Ich... Ich... Ich kann grad nicht lenken, weil der grad nicht dahin fährt durch hin. Aua! Du hast mich... Du hast mich auch oft genug überfahren. Sind alle weg, ja, ne? Was weiß ich? Oh nein, jetzt sag mir nicht, du bist auch geparkt. Nein. Hä? Du bist unter der Erde. Nein. Nein. Doch, du liegst unter der Erde. Nein. Er ist gerade unter die Erde gegangen. Ich weiß nicht. Ich hab's auf Video. Oh, das war ein Zaun. Hallo. Ist er voll gemacht jetzt hier? Ist er schon mal nach links? Ja, voll weiß ich nicht, ob er voll ist, aber ich hab mal repariert auch. Ja. Sieht gut aus. Ja. Äh, ich fahr nicht... Ich fahr nicht nur halb. Wir fahren erst mal zurück. Ja, klar, weiter. Ey, komm. Wieso steifst du jetzt hinten ein? Ja, hinten kommen Zombies. Ich weiß noch nicht, wo wir jetzt hinlaufen oder hinfahren müssen. Wir fahren erst mal zur Base. Nach Hause. Genau. Der Base ist da vorne, ne? Ja, du hast schon gestanden. Die ist so ein bisschen gleich da. Der Base ist immer noch da, wo ich markiert hatte. Äh, ja. Mach jetzt nicht den, äh, den Funkturm platt, ne? Was machst du denn? Die rennen ja jetzt rum, ey. Nee, die kommen uns nach. Da brauchst du nicht. Heya. Well, that was loud. Wie bist du denn gefahren? Haha, warte mal. Was macht der denn da unten? Der, der, der... Der Straße entlang. Unten? Ähm, der hat wohl Probleme. Jetzt nicht mehr. Warten Sie jetzt? Jetzt hat er keine Probleme mehr. Ey, die kommen zu mir. Ja. Stehen da oben. Laufen immer weiter. Aber laufen auf der Stelle irgendwie. Schießen anscheinend in eure Richtung. Könnt ihr die mal entscheiden da oben? Ich hab hier noch das eine Ding, ne? Achso, ne. Du bist das. Warte. Ich bin voll. Du kannst mir nix geben. Ne, doch nicht. Ich bin noch nicht voll. Ja, weil wir können die Sachen ja nicht benutzen. Das ist ja der Scheiß. Dann lege es zumindest bei dir irgendwie ins Inventar oder so. Dass du, ne? Achso, ich muss ja schlafen. Scheiße. Ja. Sorry, I can't. Entschuldigen, dass ich euch wach mache. Ich muss aber mal schnell wechseln. Nutzbar Fähigkeit erlernen. Aber Mechaniker wäre schon... Schaltet die Mechaniker wäre schon drei frei und wenn möglich... Ja, super. Aber wie wendest du das an? Hm. Ja, das musst du wissen. Das können wir dir nicht sagen, weil wir nirgends rein können. Ah, warte mal. Mechaniker... Kann nur... Kann nicht verwendet werden, wenn der Überlebende bereits... Die nicht Mechaniker ist. Achso, der überlebt... Der Typ, der das erlernt, der muss auch noch die Fähigkeit erlernen können überhaupt. Scheiße, ey. Ist jetzt eigentlich mal endlich hier die Dings fertig. Oh, die Handelnbank ist fertig. Äh... Also... Shift... Achso, Shift und Springen ist Sprung... Sprungtritt... Und X und Springen ist... Wirft Zombies fester. Wie soll ich ihn werfen? Kannst du eher, weil ich nutzen... Ich kann auch nur E machen, aber... Was... Was man hier drauf... Kann man hier irgendwie euch ein Training verpassen? Trainingsplan. Kämpfen. Verposten. Eine andere Aktion... Achso, weil er die Aufwertung macht. Der kann gerade nichts machen. Boah, jetzt kann ich mich hier vom Fleck nicht bewegen. Ne, ich kann ja auch nichts machen. Äh... Aber ich hatte dir eine Aufwertung doch mit den Handeln da gegeben. Die Krankenstationen werden da auch auf 3 jetzt auf. Die wird jetzt auf 3 aufgewertet. Hast du die Handeln schon benutzt jetzt? Ja, hab ich drin den Mod. Das ist ein Mod. Das ist ein Mod. Das ist es ein Mod. Sollte ich mir jetzt, mit den Augen zu. Ich muss mir kurz an messen. Das ist ein Mod. Du bist so ein Mod. Be', ich automotive in das mit. Was ist das? Das ist es. Ich muss mich, wenn du das hier bist. Ich muss mich ein lustig machen. Die sind, dass du das nicht brauchen. Ich muss mich in das hier.